Hallo, mein Name ist Susanne Hanisch und ich freue mich, hier dabei sein zu dürfen bei den ersten Resilienztagen in Leipzig. Und in diesem Beitrag möchte ich ein paar Ideen geben zu Möglichkeiten, wie man Verhalten und Zusammenarbeit fördern kann in Lehr- und Lernprozessen mit dem ProSocial-Ansatz. Zunächst möchte ich auf zwei Paradoxe aufmerksam machen, wenn es um unsere Art den Menschen geht und das Thema Resilienz. Zum einen die Tatsache, dass wir Menschen ja an sich eine höchst flexible Art zu sein scheinen, denn dank unserer Fähigkeit für Kultur bewohnen wir so gut wie alle Ökosysteme der Erde und haben eine Vielzahl von Traditionen, Normen, Gesellschaftsformen, Technologien und dies ermöglicht uns auch, uns tatsächlich auf unterschiedlichste Umweltbedingungen anzupassen und das macht uns in gewisser Weise einzigartig unter Primaten und anderen Lebewesen. Gleichzeitig ist es aber so, dass die meisten Herausforderungen für eine nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft und für menschliches Wohlbefinden auf eine scheinbare Unfähigkeit für flexible, bewusste Verhaltensänderungen zurückzuführen sind. Nach dem Motto, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Uns fällt es als Individuen oft schwer, unsere Verhaltensweisen zu ändern, anzupassen, wenn es die Situation erfordert. Ein zweites Paradox besteht in den Erkenntnissen der evolutionären Anthropologie und Verhaltenswissenschaften in den letzten Jahrzehnten, dass wir Menschen eigentlich eine höchst kooperative und prosoziale Art sind, verglichen auch wieder mit anderen Primatenarten zum Beispiel. Diese Erkenntnisse stehen unter anderem auch im Widerspruch zu dem traditionellen Modell über die Verhaltensweisen des Menschen, des Homo economicus, welches besagt, dass Menschen im Grunde eigennützige Wesen sind, die hauptsächlich daran interessiert sind, kurzfristig materiell Nutzen für sich selbst aus einer Situation herauszuziehen. Und heute wissen wir, dass dieses Modell den Menschen gar nicht gut widerspiegelt. Tatsächlich ist eben unser Alltagsleben, unsere Gesellschaften, unsere kulturellen Errungenschaften sind stark geprägt von unseren kooperativen Fähigkeiten. Gleichzeitig ist es aber so, dass die meisten Herausforderungen für eine nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft auf eine scheinbare Unfähigkeit für Kooperationen zwischen vielen Menschen zurückzuführen sind. Ob es nun um Konflikte geht, die sich einigen auf gemeinsame Ziele, insbesondere Ziele für nachhaltige Entwicklung, diese erfordern alle Kooperationen und uns fällt es scheinbar schwer, dies tatsächlich auf so starker Ebene zu erreichen. Nun sind diese beiden Paradoxe natürlich nur scheinbare Paradoxe. Sie fordern uns tatsächlich eher auf, konkrete Fragen zu stellen, insbesondere nach den Bedingungen und Verhaltensweisen, welche flexible Verhaltensänderung bei Individuen fördern und auch behindern, wenn es um das Erreichen wertorientierter Ziele geht, und auch die Bedingungen und Verhaltensweisen, welche Zusammenarbeit für das Erreichen gemeinsamer Ziele fördern oder auch hindern. Genau diese Fragen möchte die Organisation und der Ansatz ProSocial im Grunde beantworten. ProSocial ist mehrere Dinge. Zum einen eine Theorie, ein praktischer Methodenkoffer, der immer wieder erweitert wird, ein Forschungsprogramm und eine internationale Community of Practice. Zunächst ein paar Worte zu den drei theoretischen Säulen von ProSocial. ProSocial baut letztlich auf auf drei wissenschaftliche Strömungen oder Disziplinen. Einmal die sogenannten kontextuellen Verhaltenswissenschaften, die Kooperationsforschung und die Evolutionsforschung. Und um eine Verbindung herzustellen zu dem Thema dieser Veranstaltung, dem Stichwort der Resilienz, So können wir sagen, dass die kontextuellen Verhaltenswissenschaften sich damit beschäftigen, wie wir Resilienz auf der Ebene von Individuen fördern können. Die Kooperationsforschung beschäftigt sich unter anderem damit, wie wir Resilienz auf der Ebene von Gruppen fördern können. Und die Evolutionsforschung beschäftigt sich im Grunde mit dem Aspekt der Resilienz als ein evolutionäres Konzept und wie wir Resilienz fördern können durch bewusstes Management von evolutionären Prozessen, insbesondere auch kulturellen evolutionären Prozessen. ProSocial ist sich auch bewusst, dass es mehrere Wechselbeziehungen gibt zwischen der Resilienz von Individuen und der Resilienz von Gruppen oder sozialen Systemen, denen Individuen angehören. Sprich, die Resilienz von Individuen hat einen Einfluss darauf, wie eine Gruppe oder ein soziales Umfeld, wie resilient es sein kann. Und auf der anderen Seite, die Resilienz oder die Beschaffenheit der Gruppe des sozialen Umfeldes hat einen Einfluss darauf, auf die Resilienz von Individuen. Nun möchte ich kurz den Ansatz aus den kontextuellen Verhaltenswissenschaften darstellen und ihren Bezug zum Thema der Resilienz. Im Grunde versuchen die kontextuellen Verhaltenswissenschaften die Frage zu beantworten, welche Bedingungen und Verhaltensweisen fördern denn flexible Verhaltensänderung bei Individuen. Und Ziel ist letztlich die Förderung von psychischer Flexibilität. Das ist ein Konzept, das im Grunde gleichzusetzen ist mit der individuellen Resilienz. Und es bedeutet die Fähigkeit, flexibel auf innere und äußere Einflüsse zu reagieren und sein Verhalten bewusst nach Werten auszurichten. Zahlreiche Studien zeigen, dass psychische Flexibilität korreliert mit Indikatoren für psychische Gesundheit. Hier zum Beispiel eine Studie aus Italien zu den Effekten von Covid-19-Lockdown auf die psychische Gesundheit und die Art und Weise, wie psychische Flexibilität negativ korreliert mit Hinweisen auf Depressionen oder Angststörungen. Die psychische Flexibilität beinhaltet mehrere Prozesse, die alle insgesamt die Fähigkeit für psychische Flexibilität ausmachen. Dies wird oftmals in so einer Darstellung zusammengefasst. So beinhalten die sechs Prozesse unter anderem auch Dinge wie Achtsamkeit oder die Fähigkeit, sich seiner eigenen Werte bewusst zu werden. Und es beinhaltet aber auch Dinge, die einem vielleicht sonst nicht so bekannt sind, zum Beispiel die sogenannte kognitive Diffusion. Das ist die Fähigkeit, dass man seine Gedanken nicht so unbedingt für wahre Münze nimmt, sondern die Fähigkeit hat, so etwas ehrenbeobachtend auf seine eigenen oft automatischen Gedankenprozesse zu schauen und seine äußeren Verhaltensweisen zu einem bestimmten Grad von diesem automatischen, oft negativen Gedanken abzukoppeln. Vereinfacht kann man diese sechs Prozesse auch als drei unterschiedliche Prozesse zusammenfassen. Einmal die Fähigkeit, offen zu sein für seine Erfahrungen, innere als auch äußere, die Fähigkeit, präsent zu sein und die Fähigkeit, engagiert das Wichtige zu tun. Demgegenüber kann man dann auch Prozesse setzen, die eher in psychische Inflexibilität ausmachen, zum Beispiel anstatt das Präsentsein eher oftmals in der Vergangenheit oder Zukunft festzustecken oder anstatt sich seiner Werte bewusst zu sein, eher in sich unklar darüber zu sein, was eigentlich wichtig ist oder die Tendenz, dass man sehr stark mit seinen Gedanken verschmolzen ist. Nun gibt es die unterschiedlichsten Methoden, mit denen man diese einzelnen Prozesse für psychische Flexibilität üben kann und eine Methode, die insbesondere ProSocial verwendet, ist die sogenannte ProSocial Matrix. Die eignet sich, um auf relativ schnelle und einfache Weise fast so gut wie alle Prozesse für psychische Flexibilität anzusprechen und bewusst zu machen. Und diese Matrix möchte ich jetzt vorstellen. Siehe, durch die Matrix ist es möglich, die eigenen Empfindungen, Erfahrungen in gewisser Weise zu sortieren, sich darin bewusst zu machen und dann anhand dieser Wahrnehmung konkret zu reflektieren, wie man sein eigenes Verhalten wertorientierter gestalten kann in den unterschiedlichsten Situationen. Die Matrix unterscheidet zunächst mal zwischen zwei unterschiedlichen Dimensionen der eigenen menschlichen Erfahrung. Da ist zum einen eine Dimension, wo man unterscheidet zwischen Verhalten, das sich hin zu Wichtigem und Angenehmem bewegt, Dingen, von denen man mehr haben will, und Verhaltensweisen, die dazu dienen, sich weg von unangenehmen Dingen zu bewegen, von Dingen, von denen man eigentlich weniger haben will. Man kann das auch sich so denken, dass es bei diesen Arten von Verhaltensweisen darum geht, sein Leben, ja, dass es um das Leben aufblühen, gedeihen geht und auf dieser Seite, dass es eigentlich eher darum geht, um das Überleben, um Selbstschutz. Und diese Dimensionen haben wir im Grunde mit vielen Tieren gemeinsam. Tiere und wie auch wir Menschen haben eben Verhaltensweisen, die auf der einen Seite dazu dienen, sich auszutoben, zu leben, Spaß zu haben, wichtige Dinge zu tun, Spielverhalten zum Beispiel. Auf der anderen Seite zeigen Lebewesen natürlich auch überlebenswichtige Verhaltensweisen wie Kampf- oder Fluchtverhalten oder einfach Verhaltensweisen, die dem Selbstschutz dienen. Und auch wir Menschen haben diese grundlegenden Dimensionen von Verhaltensweisen gemeinsam mit anderen Tieren. Die nächste Dimension unterscheidet zwischen Verhaltensweisen, die wir mit unserem Körper tun, nach außen zeigen, Verhaltensweisen, die andere potenziell sehen oder hören könnten, wenn sie mit uns da sind. Und dann insbesondere bei uns Menschen gibt es auch Verhaltensweisen, die in uns stattfinden, unser inneres Erleben, unsere Gedanken, Gefühle, Empfindungen. Also alles Dinge, die Psychologen auch mit Verhaltensweisen, unter Verhaltensweisen zählen, aber die andere nicht sehen oder hören können. Und durch diese Matrix können wir nun einmal bewusst wahrnehmen, wo befinden wir uns gerade in unserem Empfinden, in unserem Verhalten, in dieser Matrix. Es ergeben sich hier vier Quadranten. Das ist eigentlich egal, wo man anfängt, aber oftmals ist es gut, wenn man hier in diesen Quadranten anfängt. Und hier geht es um die Frage, wenn man in sich geht, sich zu fragen, was ist mir eigentlich gerade wichtig in dieser Situation oder in einem Gruppenkontext, wenn ich in dieser Gruppe bin, worum geht es mir eigentlich? Wohin will ich mich, in welche Richtung will ich mich bewegen? Was macht diese Situation für mich lebenswert und wichtig? Sprich, hier werden dann Werte einfach angesprochen. Wenn ich jetzt mal als Beispiel nehme, ich in dieser, meine Teilnahme an dieser Veranstaltung, dann geht es mir vielleicht darum, dass ich etwas zur Gemeinschaft beitragen möchte, dass ich vielleicht andere begeistern will. Das ist mir wichtig, deswegen, ja, mache ich hier mit. Aber dann auch Dinge für mich ganz persönlich. Ich will vielleicht auch etwas lernen, mich selbst herausfordern, aber auch so wie ich auftrete in dieser Veranstaltung mit anderen, möchte ich authentisch sein. Das sind also alles Dinge, die meine Werte ansprechen. Nun ist es so, immer wenn wir uns im Leben hin auf eine Richtung bewegen, die uns wichtig ist, dann tauchen früher oder später Dinge auf, die uns ein bisschen in Selbstschutz, wo es mehr um Selbstschutz geht, uns wegbewegen von unangenehmen Dingen. Es werden Dinge auftauchen, wo es problematisch wird, es wird schwierig, eine Herausforderung tritt auf. Und so haben wir Menschen in unserem Inneren ganz automatisch, treten Dinge auf, die uns dann möglicherweise von dieser Richtung wegbringen. Und wo es dann eher nur darum geht, kurzfristig, ja, sich selbst zu schützen. Sprich, die Frage ist hier, was taucht in uns auf für Gedanken, Empfindungen, Gefühle, die uns so ein bisschen festhalten und uns von dieser Richtung ablenken. Sprich, bei mir würden jetzt zum Beispiel, oder sind Dinge aufgetaucht, dieser Satz findet man ganz oft, ich habe doch gar keine Zeit für das, ist ein so ein Gedanke. Es ist auch gut, wenn man manchmal in diesem Quadranten die Gedanken mit Anführungsstrichen aufschreibt, damit klar ist, die sind keine Tatsachen unbedingt, sondern tatsächlich erstmal nur die automatischen, die üblichen Gedanken, die in uns auftauchen, die erstmal nur da sind. Dann mögen auch Dinge auftauchen wie, ach, ich bin doch gar kein Experte, ich habe doch nichts Wichtiges zu sagen, das lohnt sich doch gar nicht, interessiert das überhaupt jemanden? Und dann tauchen auch in diesem Zusammenhang diverse Gefühle auf, vielleicht Unsicherheit, Zweifel, es kommt sofort Stress auf, warum tue ich mir das an, ich habe doch keine Zeit und so weiter. Die sind also durchaus Dinge, die fast jeder von uns wahrnimmt, wenn es darum geht, wenn wir Dinge machen wollen, die wichtig sind, aber die dennoch irgendwie mit Mühe oder Kosten und Aufwand verbunden sind. Nun können wir schauen, ja was machen wir eigentlich so mit unserem Körper, wie verhalten wir uns, wenn wir in diesem Bann von diesen Gedanken und Gefühlen sind. Sprich, hier geht es so ein bisschen darum, diese kognitive Diffusion auch zu schulen, dass man erstmal nur wahrnimmt, was taucht eigentlich auf und dann zu schauen, was mache ich eigentlich so ganz automatisch, wie reagiere ich darauf? Und das sind eben meistens Verhaltensweisen, die diesem Selbstschutz dienen, die dienen diesen unangenehmen Gefühlen und Gedanken aus dem Weg zu gehen, sie loszuwerden. Hier würde man vielleicht, würde ich vielleicht die Teilnahme absagen, um gar nicht erst mitzumachen, damit ich dann keinen Stress habe. Oder wenn ich dann doch eine Teilnahme zugesagt habe und ich vielleicht ziemlich von Unsicherheiten und Zweifeln geplagt bin, dann mag es sein, dass ich zu viel Zeit damit verbringe, irgendwas vorzubereiten, es perfektionistisch perfekt machen zu wollen und mich nur ein bisschen verbeiße darin. Das ist also, wenn jemand zu Perfektionismus veranlagt ist, dann sind das solche Verhaltensweisen, die dazu dienen, diesen Unsicherheiten aus dem Weg zu gehen. Oder auf der anderen Seite kann es auch sein, dass man sich mit anderen Dingen beschäftigt, sich ablenkt und nicht das Wichtige tut, um Dinge vorzubereiten. Oder auch einfach Dinge vor sich hinschieben, sich einfach mit anderen Dingen beschäftigen. Nun ist eine wichtige Frage, sich darüber zu reflektieren, wie wirksam und hilfreich sind denn diese Verhaltensweisen in diesen Quadranten kurz- und langfristig. Und nun ist es so, dass diese Verhaltensweisen ja durchaus ihre Funktion haben, ihren Nutzen haben. Schließlich dienen sie ja dem Selbstschutz. Aber oftmals ist es so, dass sie kurzfristig zwar wirken, man wird vielleicht diese Gedanken und Gefühle so ein bisschen los, aber langfristig ist es so, dass sie möglicherweise nicht wirklich in diese Richtung führen. Sprich, insbesondere bei uns Menschen ist es so, dass wir uns manchmal auf dieser Seite der Matrix verheddern können. Also wir tun Verhaltensweisen, die letztlich dazu dienen, unangenehmen Gedanken und Gefühlen aus dem Weg zu gehen. Dies schürt dann aber letztendlich doch wieder nur diese Verhaltensweisen, denn das Problem ist, dass diese Gedanken und Gefühle immer wieder auftauchen werden. Das ist einfach ganz normal. Sie wollen uns selbst beschützen. Sie machen aufmerksam auf Probleme, auf mögliche Gefahren und so weiter. Und tatsächlich ist es so, dass sich in dieser Seite zu verheddern, tatsächlich eben etwas mit psychischer Inflexibilität zu tun hat. Und viele psychische Probleme haben letztendlich damit zu tun, dass man sich verheddert in dieser Seite und ein bisschen den Blick verliert auf diese Seite. Und so kann man eben sich dann letztendlich auch bewusst fragen, was kann ich denn nun tun, um im Sinne von eins zu leben, also meinen Werten, auch wenn zwei auftaucht. Hier geht es darum, zu akzeptieren, dass diese Seite hier nicht verschwinden wird, immer wieder auftauchen wird, einfach da ist. Das gehört einfach zum Leben dazu. Hier wird also ein bisschen Akzeptanz geübt und zu erkennen, dass man sein Verhalten trotzdem anderweitig ausrichten kann. Man muss nicht unbedingt hier so reagieren, sondern man kann auch etwas anders tun. Und hier könnten dann zum Beispiel so Dinge wie, ich kann erst mal akzeptieren, also Selbstakzeptanz üben, akzeptieren, dass ich es nicht alles perfekt sein muss, vielleicht meine Zeit versuchen gut zu planen, dass ich nicht in Stress gerate, Möglichkeiten suchen, wie ich am besten meine Teilnahme bei der Veranstaltung gestalten kann, ohne dass ich in diesen Strudel unbedingt gerate. Und so geht es eben bei der Matrix darum, dass das einfach so ein Tool ist, was man auch im Kopf tagtäglich mit sich herumtragen kann, um sein Bewusstsein, seine Wahrnehmung zu schulen, so ein bisschen einzuordnen, wo bewege ich mich gerade in der Matrix, ist mein Zustand, mein Verhalten, meine Motivation, in welche Richtung bewegt sie sich gerade. Und dann letztendlich geht es darum, sein Leben verstärkt in diese Richtung auszurichten. Also mehr ein Leben, das mit mehr mit Gedeihen, wertorientiertem Leben zu tun hat und weniger ein Leben, was lediglich mit Überleben, Selbstschutz zu tun hat. Es geht nicht darum, wie gesagt, dass diese Seite verschwinden soll, dass man sie loswerden muss, sondern Überleben ist ja natürlich trotzdem wichtig, aber wir denken sicherlich alle, dass ein Leben, bei welchem es nur ums Überleben geht, das ist kein schönes Leben. Soviel zu einer Möglichkeit, wie man Resilienz von Individuen fördern kann. Und wie gesagt, ProSocial beschäftigt sich aber auch mit der Tatsache, dass individuelle Resilienzfähigkeit stark abhängt vom sozialen Umfeld, von der Gruppe, in denen Individuen sich befinden. Und deswegen beschäftigt sich ProSocial auch damit, Gruppen zu verhelfen, ihr soziales Umfeld, ihre Kultur so zu gestalten, dass sie möglichst dem Wohlbefinden, den Bedürfnissen, der Resilienz von Individuen förderlich sind. Nun ist es zunächst so, dass wir alle Erfahrungen damit haben, wie es ist, in Gruppen zu sein, wo diese Förderung tatsächlich scheinbar vorhanden ist. Es macht Spaß, alle sind motiviert, man hat das Gefühl, dass man zu etwas Größerem beiträgt. Gleichzeitig haben wir aber alle auch Erfahrungen mit Situationen, in denen wir in Gruppensituationen sind, wo alles irgendwie nicht funktioniert, es Konflikte gibt, es nicht Spaß macht und alles so ein bisschen den Bach heruntergeht. So kann es zu Beginn einer Gruppenarbeit hilfreich sein, wenn man erstmal ein bisschen reflektiert über die eigenen Erfahrungen, die man bisher mit Gruppenarbeit gemacht hat. Insbesondere Fragen wie, was zeichnet eigentlich unsere positiven Erfahrungen mit Gruppenarbeit aus und was zeichnet unsere negativen Erfahrungen mit Gruppenarbeit aus. Wenn wir Studierenden oder Schülerinnen diese Fragen stellen, dann kommen oftmals ganz ähnliche Antworten, zum Beispiel positive Erfahrungen sind gekennzeichnet durch Dinge wie gute Arbeitsaufteilung, die Tatsache, dass man sich gegenseitig motiviert und dass einzelne Verantwortung übernehmen, der positive Aspekt, dass unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen und man seine Ideen und Horizonte erweitert und man hat das Gefühl, dass alle an einem Strang ziehen. Auf der anderen Seite negative Erfahrungen sind dann eben gekennzeichnet durch Dinge wie schlechte oder ungerechte Arbeitsaufteilung, scheinbar unterschiedliche Ansprüche von Einzelnen an die Gruppenarbeit, schlechte Koordination und auch Konflikte und Kommunikationsprobleme. In diesem Zusammenhang hier auch mal eine kleine Umfrage auf Instagram von der Uni Leipzig, in der gefragt wurde, arbeitet ihr eigentlich gern in Gruppen zusammen? Und in der die Mehrheit antwortete, nein. Und bei den Erklärungen zeigen sich ähnliche Muster, wie was ich vorhin gerade schon gezeigt hatte. Also es werden durchaus die positiven Aspekte von Zusammenarbeit anerkannt. Gleichzeitig aber scheint es so zu sein, dass in der Mehrheit die Erfahrungen es sind, dass man es nicht hinkriegt, Zusammenarbeit so zu gestalten, dass diese positiven Aspekte tatsächlich erreicht werden. Man kann ja also von einer Art Dilemma sprechen, ein Dilemma zwischen dem, was wir eigentlich alle wollen. Das wären diese positiven Aspekte, die mit guter Zusammenarbeit zusammenhängen. Aber gleichzeitig bekommen wir es nicht regelmäßig hin, diese Zusammenarbeit eben so auszugestalten, dass wir tatsächlich motiviert sind, zusammenzuarbeiten. Und so kommt nun eben die Kooperationsforschung ins Spiel, die sich unter anderem fragt, welche Bedingungen und Verhaltensweisen fördern Zusammenarbeit für das Erreichen gemeinsamer Ziele. Viele unterschiedlichen Disziplinen beschäftigen sich mit derartigen Fragen. Bei ProSocial spielt insbesondere eine Rolle die Arbeit der Politikwissenschaftlerin Elinor Ostrom, welche viele verschiedene Gemeinschaften der Welt erforschte, welche gemeinsame Ressourcen nutzen müssen. Zum Beispiel Gemeinschaften, die Wälder nutzen, Weidegründe, Bewässerungssysteme oder Fischereigebiete. Und sie wollte eben herausfinden, inwieweit diese Gemeinschaften zusammenarbeiten, um ihre Ressourcen nachthaltig für längere Zeit nutzen zu können. Durch diese Forschung fand sie heraus, dass einige Gemeinschaften es schaffen, sich selbst zu organisieren und zusammenzuarbeiten und damit ihre gemeinsamen Ressourcen nachhaltig zu nutzen, andere jedoch nicht. Bei anderen Gemeinschaften ist es so, dass sie ihre Ressourcen übernutzen und dann gegebenenfalls auf andere Ressourcen ausweichen müssen, woanders hinziehen müssen und so weiter. Und sie identifizierte durch diesen Vergleich dieser unterschiedlichen Gemeinschaften eine Reihe von sogenannten Gestaltungsprinzipien für erfolgreiche Zusammenarbeit, auf Englisch die Core Design Principles. Sie erhielt für diese Arbeit sogar 2009 den Nobelpreis der Wirtschaftswissenschaften. Hier sind nun Elinor Ostroms acht Design-Prinzipien aufgelistet. Ich kann leider nicht im Detail auf sie näher eingehen, aber insgesamt können wir sie uns vorstellen als eine Reihe sozialer Bedingungen, die es helfen, menschliche, prosoziale Motivationen zu fördern und gleichzeitig Motivationen, die vielleicht eher mit Selbstschutz oder Eigennutz zu tun haben, zu unterbinden. Auch kann man sich sie vorstellen als soziale Bedingungen, die es ermöglichen, menschliche, psychische Bedürfnisse zu befriedigen. Bedürfnisse wie Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit. Studien zeigen auch, dass die Existenz dieser Design-Prinzipien oder die Art und Weise, wie sie umgesetzt werden, stark korrelieren mit Indikatoren für eine effektive Kooperation, zum Beispiel die Zufriedenheit von Gruppenmitgliedern, das Ausmaß an Vertrauen in der Gruppe. Nun ist es so, dass diese Prinzipien recht abstrakt und allgemeingültig sind. Das heißt dann aber auch, dass es nicht unbedingt ein Patentrezept gibt, wie diese nun genau umzusetzen sind. Und somit muss halt je nach Kontext sich eine Gruppe damit befassen, wie sie am besten diese Prinzipien in ihrem Kontext umsetzt. Und dies erfordert eine stetige Reflexion und Aushandlung von Möglichkeiten. Um nun gemeinsam in der Gruppe zu reflektieren, wie die Gruppe diese Design-Prinzipien umsetzt und auch deren Umsetzung verbessern kann, können wir nun wieder auch die ProSocial Matrix einsetzen, und zwar diesmal in einem Gruppenkontext. Wenn wir zum Beispiel zunächst als Individuen oder gemeinsam darüber nachdenken, was ist uns eigentlich wichtig, wenn wir in dieser Gruppe sind, was möchten wir eigentlich erreichen, wie wollen wir in dieser Gruppe sein, und dann gemeinsam drauf schauen, was haben eigentlich die einzelnen Mitglieder auf diese Frage geantwortet, dann ergibt sich oft so eine Klärung von gemeinsamen Werten und Zielen und gar einer gemeinsamen Identität, dem Gefühl, dass wir eigentlich alle zu einem großen Teil an einem gemeinsamen Strang ziehen, weil wir eben durchaus oft sehen können, dass Mitglieder ähnliche Werte und Ziele mitbringen. Gleichzeitig ermöglicht ist auch, ein bisschen drauf zu schauen, welche unterschiedlichen Interessen und Motivationen sind eigentlich in der Gruppe, und dies kann dann auch Perspektivwechsel fördern. Wichtig ist auch, wenn wir auf diesen Quadranten schauen, wenn wir schauen, was denken eigentlich einzelne Mitglieder darüber, ja, was taucht in ihnen auf und bringt sie ein bisschen davon weg, bestimmte Zweifel, Ängste, Sorgen, Frustrationen, und wenn wir dann drauf schauen, was antworten eigentlich die Einzelnen, dann ergibt sich oftmals so ein gewisses Vertrauen- und Perspektivwechsel, weil man feststellt, dass eigentlich die einzelnen Mitglieder ganz ähnliche Ängste, Sorgen, Zweifel mit sich herumtragen. Im Englischen spricht man auch von einem Gefühl von Common Humanity, also diesem Gefühl, dass man gar nicht allein dasteht und diese Dinge allein mit sich herumträgt, sondern sie werden nach außen getragen und man merkt, dass andere eigentlich genauso denken, wie man selbst. Und wenn wir schließlich in diesen Quadranten gehen, so können wir dann eben gemeinsam als Gruppe ganz bewusst darüber nachdenken, wie können wir denn unsere Verhaltensweisen, unsere Strategien, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, verbessern, um uns mehr in diese Richtung von unseren Gruppenwerten und Zielen zu bewegen. Nun gibt es viele Möglichkeiten, wie man diese Gruppenmatrix umsetzen kann. Hier sind mal einige Beispiele für, wie man das in einem Online-Kontext machen kann, mit Online-Whiteboards oder auch kleinen Umfragen und dann nimmt man diese Antworten, um diese Matrix auszufüllen. In der Präsentation habe ich mal einige Vorlagen verlinkt, die dann gerne als verwendet werden können. Man kann das natürlich auch in einem Low-Tech-Szenario ganz einfach umsetzen, auch auf dem Boden oder mit Flipcharts, wo dann die Gruppe entweder mit Zettelchen oder einfach mit Textmarkern diese Teile, diese unterschiedlichen Quadranten der Matrix gemeinsam ausfüllt und dann insbesondere ist das dann auch gut, wenn man alle einzelnen Antworten sammelt und dann eben reflektiert und schaut, welche größeren Themen ergeben sich denn aus diesen einzelnen Antworten. Dann kann es auch gut sein, wenn man die Gruppe etwas auf quantitative Weise bewertet anhand der Designprinzipien, um dann genau zu schauen, wo hängt es denn, wo zeigt unsere Gruppe etwas, ein paar Schwächen und sich dann darauf konzentrieren, wie können wir unsere, ja, die Gruppe verbessern hinsichtlich einzelner Prinzipien. Zum Beispiel, wie empfinden einzelne Gruppenmitglieder die Gerechtigkeit der Arbeitsaufteilung zum Beispiel oder die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen, haben alle Gruppenmitglieder das Gefühl, dass sie wissen, was eigentlich andere in der Gruppe tun und so weiter. Und letztlich ist es aber auch wichtig, dass man qualitativ die Gruppe bewertet und konkret darüber nachdenken, was machen wir eigentlich schon gut in der Umsetzung der Prinzipien. Also hier kann man dann anhand solch einer Struktur, einer Vorlage, einzelne Ideen sammeln für die effektive Umsetzung der Gruppe, was machen wir schon toll und aber auch Ideen sammeln, wie können wir diese Prinzipien besser umsetzen in Zukunft. Und ProSocial möchte auch zum Beispiel eben eine Reihe von Beispielaktivitäten sammeln, für die mögliche Umsetzung einzelner Prinzipien, um dann zum Beispiel der Gruppe Ideen zu geben, Anreize zu geben, was es eigentlich alles für Möglichkeiten gibt, zum Beispiel wie man in einer Gruppe auf gerechte und inklusive Weise Entscheidungen treffen kann. Die ProSocial Matrix kann man nun auch einsetzen, um ganz konkret über ein bestimmtes Designprinzip zu reflektieren. Hier mal ein Beispiel für das Designprinzip 3, in welchen es um die inklusive und gerechte Entscheidungsfindung geht und so kann die Gruppe hier zum Beispiel darüber nachdenken, was ist uns eigentlich wichtig, wenn wir gemeinsam Entscheidungen treffen. Hier mögen dann Werte hervortreten, wie Perspektivwechsel und Empathie oder Gerechtigkeit dafür sorgen, dass sich alle gehört fühlen, also eigentlich auch durchaus Werte, die sowieso schon in diesem Designprinzip mit vertreten sind und dann kann auch konkret darüber nachgedacht werden, was taucht eigentlich in uns auf, wenn wir gemeinsam Entscheidungen treffen sollen. Hier könnten dann so Dinge auftauchen, wie bestimmte Unsicherheiten oder Ängste, dass, wenn man seine Meinung sagt, dass das sowieso nicht ernst genommen wird oder dass man vielleicht in der Minderheit ist, eine Meinung vertritt, die nicht gerade beliebt ist, was dann dafür sorgt, dass man vielleicht eher seinen Mund hält, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Und das bringt einen natürlich davon weg, wenn die Gruppe tatsächlich eigentlich eher Werte vertreten will, dass sich alle eigentlich gehört fühlen. Und so kann die Gruppe eben letztendlich konkret darüber nachdenken, wie sie ihre Entscheidungsfindung verbessern kann, um sie wertorientierter zu gestalten. Das Gleiche gilt eben auch dann für alle weiteren Prinzipien. So viel zu einigen Methoden, die ProSocial entwickelt hat, um Resilienz im Individuellen und im Gruppenkontext zu verbessern. Wie gesagt, ProSocial ist aber mehr als diese paar Methoden, die ich vorgestellt habe. Unterschiedlichste Methoden werden auch weiterentwickelt für verschiedene Kontexte und es hat sich auch eine internationale Community of Practice etabliert. So wird ProSocial in unterschiedlichsten Kontexten ausprobiert. Unter anderem bin ich Teil von ProSocial Schools, wo wir verschiedene Methoden entwickeln und ausprobieren, um ProSocial im Schulkontext einzusetzen. Wer Interesse hat, hier noch einiges an Lektüre zu diesem Thema. Und somit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und bei Fragen oder Kommentaren kann gerne eine E-Mail an mich geschickt werden.